Wir haben eine Master Physiotherapie auf dem Schwerpunkt Neurologie gewählt, weil wir uns einerseits in dieses Thema vertiefen wollen und andererseits finden wollen wir, dass es viel zu wenig Forschung gibt und wir unseren Beitrag hier beitragen wollen. Das Studium öffnet uns viel mehr berufliche Optionen. Wir haben die Chance in die Lehre und in der Forschung zu arbeiten und können so unseren Berufsalltag abwechslungsreicher gestalten. Ich habe angefangen im Master in 2016 mit Spezialisierung in Neurologie und habe in Julio 2019. Jetzt arbeite ich bei Rea Basel als Physiotherapie. Ich arbeite die größte Zeit mit den Patienten mit dem Wachkoma, Frührea bis zur Tagesklinik. Inoltre, ich habe auch eine Percentuale von Forschung. Ich helfe meine Kollegen in der Forschung, Forschung und Forschung etc. Die Studierenden in der Forschung mit Spezialisierung in Neurologie beginnen mit ein guter theoretisch basis. Wir lernen Anatomy, Physiologie. Sie lernen über Neuroplasticität und die Basiken Neuroscience. Wir gehen dann weiter an zu spezialisieren in Praktikalien, such wie diejenigen, die wir heute haben. For example, wenn die Studierenden haben mit ihrem Masterprogram, gibt es unterschiedliche Bereiche, die sie können in arbeiten arbeiten. Wir hoffen, dass wir ein paar davon werden, die werden wirklich die Praktikalien aufgewachsen, wirklich spezialisiert in die Bereich der Neurologie. Wir haben auch die Möglichkeit, für die Studierenden arbeiten in die Forschung. Und natürlich, die Studierenden ist immer eine Option. und die Studierenden arbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020